Mahlzeit, Freunde! Ich hab's gerade mitbekommen und muss jetzt mal ganz schnell einen rausdrücken. Richtige YouTuber hätten sich wahrscheinlich was vorbereitet. Ich hab mir erst mal ein Bierchen aufgemacht. Prost auf euch, Freunde! 10.000 Abonnenten auf YouTube. Krass. Krass, 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 krass. Damit haben wir nicht gerechnet und so schnell haben wir es auch nicht erwartet. Krass! 10k Abonnenten, Alter. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Danke an euch alle. Danke für euren mega krassen Support. Danke für die ganzen Nachrichten, die ich von euch bekomme. Für die ganzen Vorschläge, für das ganze Feedback. Danke, dass ihr unsere Videos guckt. Danke, dass ihr unseren Merch kauft. Vielen, vielen, vielen Dank. 10k Abonnenten. Und es geht noch weiter. Ein großes Dankeschön auch mal an die beste Kamerafrau der Welt. Meine. Baby, ich liebe dich über alles. Auch ohne dich wäre das hier nicht möglich und du leistest hervorragende Arbeit. Bitte mal alle bestätigen. Vielen Dank an Mama und Oma, die mich mit Rezepten auch wundervoll unterstützen. Wenn ich gerade mal keine Ideen habe, was auch mal vorkommt tatsächlich. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch alle über alles. 10k. Krass, Alter. Krass. Wie geht es jetzt weiter, Freunde? Naja, Standard. Kaufen wir jetzt ein Haus in der Karibik und ein Lambo? Naja, so wird es nicht. Es wird genauso weitergehen, wie es bis jetzt war. Ich werde weiter genau das machen, was ich möchte. Wem es nicht gefällt, der muss hier nicht bleiben. Aber ich denke, der größte Teil von euch, der findet schon ganz geil, was wir machen. Wir werden weiter Bacon braten, wir werden Fett braten, wir werden Alkohol vernichten. Es wird einfach weitergehen. 030 BBQ bleibt 030 BBQ, Freunde. Das ist ja hier auch, I'll make you chubby, ne? Gegen den Fitnesswahn. Gegen den Fitnesswahn 030 BBQ. Freunde, 10k Abonnenten. Ist das krass. Ich glaube, wir werden heute noch ein bisschen feiern. Ich danke euch. Ich danke euch. Was kann ich noch sagen, Alter? Wenn es noch jemand nicht gemerkt hat, dann bitte abonnieren und Glocke drücken. Folgt uns gerne bei Facebook, bei Instagram und auch bei Twitter, obwohl ich von Twitter keine Ahnung habe. Aber folgen schadet ja nichts, ne, Freunde? Bleibt alle dran. Es lohnt sich. Wir sehen uns beim Grill.